Mein Name ist Viktor Ivanov und ich fahre ein Snowboard in der Halfpipe. Um mit der Weltspitze mithalten und an wichtigen Wettkämpfe wie Weltgeps und Trainings auf der ganzen Welt, sprich in Neuseeland, China, Kanada und den USA teilnehmen, brauche ich eure finanzielle Unterstützung. Darum unterstützt mich doch bitte mit einem Betrag bei meinem I Believe in You Projekt.